Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem Update-Video sozusagen. Ihr seht hier den neuen Upload-Plan und zwar hat sich folgendes geändert. Am Dienstag und am Donnerstag kommt jetzt Start Siedler 6, was ich momentan leider noch nicht weiterführen kann aus bestimmten Gründen. Kommt jetzt Plans vs. Zombies, die erste Folge. Ist auch schon gekommen. Jetzt am Donnerstag, das war Donnerstag der 26. genau. Ja, gültig ist dieser Upload-Plan ab Sonntag, ab morgen, am Montag, den 30. ist dieser Upload-Plan gültig und da wird sich auch dran gehalten. Road Legacy kommt auch wieder, da werde ich mich auch drum bemühen. Und ja, das war das kleine Update zu dem Upload-Plan. Ich lasse ihn jetzt noch ein bisschen eingeblendet und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020